Ein brennender Truck rast mit Vollgas aus einem Tunnel heraus. Ein spektakuläres Manöver, gefilmt von einer Überwachungskamera in der Provinz Guizhou im Südwesten Chinas. Der Truck hatte in dem stark befahrenen Tunnel plötzlich Feuer gefangen. Mit einer beherzten Aktion wurde der Fahrer zum Helden. Nachdem ein erster Löschversuch noch fehlgeschlagen war, fuhr der Mann den brennenden Wagen kurzentschlossen aus dem Tunnel heraus. Mithilfe der Feuerwehr konnten die Flammen draußen gelöscht werden. Die Polizei ermittelt nun, warum die Ladung Feuer fing. Nur durch die mutige Aktion des Fahrers wurde niemand verletzt.